Musik Ja, Martin Schulz ist Kanzlerkandidat der SPD für die Bundestagswahl 2017. Manche Menschen im Land empfinden das als großen Hype, der gerade passiert. Andere werden nervös. Ich kann Ihnen sagen, ich bin weder nervös noch angespannt, sondern im Moment noch sehr gelassen. Die Frage ist, warum? Ich glaube, dass man in dem jetzigen Hype, der sich ergeben hat, eine Sehnsucht bei der SPD sieht, dass man einfach mal ein neues Gesicht haben wollte. Jemand, der auch nochmal die alten Themen der Partei hochbringt, der nicht ein altes Gesicht ist, was wir über Jahre jetzt erkannt haben und wo die SPD auch in einem tiefen Teil der Tränen gelegen hat, wo man ja schon teilweise fragen musste, ist es noch eine Volkspartei. Und der hat sich jetzt aufgetan. Deswegen kehren natürlich auch unzufriedene SPD-Wähler erst mal zurück. Ich glaube aber, dass dieser Hype nur von vorübergehender Dauer ist. Warum bin ich der Meinung? Bis zur Bundestagswahl ist noch eine lange Zeit. Das wird es mal vergleichen mit einem Marathonlauf. Und da kommt es nicht darauf an, dass ich die ersten Sprints ordentlich hinlege, sondern ich muss auch den Atem und die Konditionen haben, das Ganze bis zum Ende zu führen. Und da muss Martin Schulz jetzt liefern. Er kann nicht nur von der sozialen Gerechtigkeit sprechen, sondern er muss auch sagen, wo er sie tatsächlich umsetzt. Und das, was man bisher von ihm kennengelernt hat, sage ich, er ist nicht der Sankt Martin. Denn den Sankt Martin, den wir kennen, der hat seinen eigenen Mantel geteilt. Das, was Martin Schulz bisher aufgezeigt hat, wie er künftig Politik machen will, da teilt er gerne den Mantel anderer. Und ich glaube nicht, dass soziale Gerechtigkeit, wenn man das als Oberthema nimmt, und mit dem, was bisher so langsam durchdringend in seiner Politik, dass soziale Gerechtigkeit nur das ist, wie ich die gesamtsozial Schwachen und darunter auch die Arbeitsunwilligen vielleicht durch den Tag und durch die Monate bringen will, sondern ich glaube, dass soziale Gerechtigkeit, Soziales, all das ist, was Arbeit schafft, was Zufriedenheit schafft. Und auch da muss er liefern. Das Zweite, wo ich glaube, dass dieser Hype auch zurückgeht, ist, er hat bis heute keine offene und deutliche Koalitionsaussage getroffen. Wenn er für sich in Anspruch, in einem Kanzlerkandidat zu sein, dann muss er auch sagen, mit wem er denn Mehrheiten schaffen will, mit wem er denn tatsächlich dann in die Regierung eintreten möchte. Und das, was man durchhört, ist, dass er überhaupt kein Problem hat mit den Linken die Machtoption zu ziehen, eventuell auch mit den Grünen zusammen, also R2G, Rot-Rot-Grün oder nur mit Rot-Rot, wenn es denn reichen sollte. Ich glaube, das Saarland hat ganz deutlich gezeigt, die Menschen wollen es nicht. Die Menschen trauen auch der Linken überhaupt keine Regierungsverantwortung zu. Und wenn man die Themen sieht und wofür die Linke im Moment noch steht, ist eigentlich eine Fundamentalopposition. Sie wollen raus aus der NATO, sie wollen massive finanzielle Umschichtungen, sie wollen Millionärssteuer, sie haben mal vertreten eine wirtschaftsfeindliche Politik. Wenn er mit denen diesen Kurs eintreten will, glaube ich, dann haben die Menschen das sehr schnell durchschaut. Das wollen sie nicht. Und deswegen glaube ich, auch das ist ein Punkt, neben den Themen, die er bisher noch nicht hinreichend besetzt hat, dass auch dieser Hype abeppt. Was aber noch kommen wird in den nächsten Wochen ist, dass man Martin Schulz auch in seiner Vergangenheit beleuchtet. Denn Martin Schulz hat auf europäischer Ebene schon für sehr besondere Themen gestanden. Martin Schulz war bis zuletzt Verfechter einer Vollmitgliedschaft der Türkei. Wir haben als Christdemokraten immer gesagt, es kann keine Vollmitgliedschaft aus unserer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt geben. Das auch schon vor Jahren, wo wir überhaupt noch nicht über die Präsidialstrukturen gesprochen haben, die sich gerade ergeben. So, wo wir schon gesagt haben, ihr habt keinen Rechtsstaat, wie wir uns den im westlichen Wertekanon vorstellen. Deswegen sprechen wir uns für eine privilegierte Partnerschaft aus. Das sehe ich auch als richtig an, denn die Türkei ist Mitglied der NATO und ist geostrategisch unwahrscheinlich wichtig in der Region, auch für die islamische Welt. Das heißt, wir brauchen eine ganz besondere Partnerschaft mit der Türkei. Aber es kann keine Vollmitgliedschaft geben. Und jetzt im Gang in eine Diktatur, die ja droht, mit der Androhung, die Todesstrafe einzuführen, ohne Meinungs-, ohne Pressefreiheiten, kann dieser Staat kein Vollmitglied werden. Und ich bin auch dafür, dass wir jetzt auch die Gespräche überhaupt über eine Mitgliedschaft der EU auf Eis legen, um zu zeigen, diesen Weg gehen wir als Europäer nicht mit. Aber da war Martin Schulz bis zuletzt anderer Meinung. Und Martin Schulz ist ein Verfechter der Eurobonds. Also der Vergemeinschaftung aller europäischer Schulden. Auch da bin ich strikter Gegner. Das ist auch die christlich-demokratische Union verständlicherweise strikter Gegner. Denn es kann nicht sein, dass wir mit unserer Solidarität in Deutschland für Schulden aufkommen, aus südlichen europäischen Staaten oder aus anderen Partnerstaaten, für die wir politisch nichts können, wo wir keinen Einfluss ausüben können. Dafür können wir nicht gerade stehen. Das sind nationale Schulden. Die müssen auch national getragen werden. Auch da ist Martin Schulz gerne jemand, der das auf alle verteilt haben sollte. Das wäre absolut wirtschaftsfeindlich, auch standortfeindlich für uns. Und ich glaube, das wird sich auch herauskristallisieren. Wo waren seine Standpunkte? Er ist nicht der Phönix aus der Asche, der neu kommt. Dafür hat er zu viel auch parteipolitische Vergangenheit. Deswegen glaube ich, hier wurden jetzt Sehnsüchte erst mal geweckt innerhalb der Sozialdemokratie. Aber die Ernüchterung wird bald folgen. Wir werden jetzt mit unserem Wahlkampf beginnen. Es wird endlich wieder ein Lagerwahlkampf, auch ein Positionenwahlkampf, weil Martin Schulz doch sehr links steht und wir wieder auch unsere konservativen Stärken herausspielen können. Da freue ich mich auf die Zeit, auch für diese Politik einzustehen, dafür Wahlkampf zu machen, die Menschen dafür zu überzeugen. Und ich glaube, dann können wir ganz zuversichtlich auch in die Wahl im September 2017 gehen. nutmuffs. Musik 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 Musik